So, meine Lieben, und jetzt bin ich schon beim nächsten Medium, das ich auf die Schippe nehme. So, er ist also zu Hause angekommen. Er bespricht also, wie es ihm da geht. Und ich suche also dieses kleine, vierreckige Kästchen, das irgendwo hier vergraben und will mich nur noch berieseln lassen, um mich an dem Dageboten Fernsehprogramm laden. Nicht wirklich, aber zur Lärmbelästigung schalte ich die Glotze ein. Da habe ich zumindest nicht das fröstelnde Gefühl, so ganz alleine zu sein. Denn zu bezweifeln gilt, dass das Gesendete für Geist und Seele bekömmlich ist. Wir bestimmen das nicht, dürfen aber höchst unfreiwillig bezahlen für diesen verklärenden Mist. Aber jeder, wie er will. So viel Bildung tut dem Durchschnittsmann ohnehin nicht gut. Von früh aufgeblendet und dressiert zu gehorchen, fehlt ihm zum Selberdenken eh der Mut. Wow, was habe ich da geschrieben, hä? Ja genau, der Fernseher. Den nehme ich jetzt auf die Schippe. Und wie damals schon und heute, höchst unfreiwillig bezahlen für diesen verklärenden Mist. Ja, ich habe seit 15 Jahren keinen Fernseher mehr. Damit die gar nicht auf diese blöde Idee kommen, mich so dämlich berieseln und manipulieren zu lassen. Nichts anders ist es. In jedem Computer kannst du dir deine Dokus, deine Infos, die du brauchst, herunterholen, wenn du das möchtest. Aber alles andere ist Manipulation berieseln lassen. Es tötet den Geist und die Seele ab. Ich erzähle euch was. Es gibt Kinder, die noch unschuldig, also zensiert, was manipulativ ist und was suggestionisch und was dogma und konventionisch, die sind so aufgewachsen und die gehen dann, sobald sie die Freiheit haben, raus aus dem Elternhaus oder aus dem System sofort her und bedröhnen sich mit dem Tiefdunkelsten, also die gehen dann absichtlich her mitunter und schauen sich Horrorfilme an, Psychothriller und lauter so Dinge, die den Geist, die Seele abtöten an, weil sie meinen, sie sind für die Welt zu sensibel, zu intelligent. Und was wird das diesen Menschen? Ja, da kannst du ja hinschauen. Die haben Angstzustände heutzutage, sind entweder völlig erkaltet, abgebrüht und streben nur noch dem materiellen, dem intellektuellen, verstandesorientierten nach. Und das ist denn unsere Jugend, unsere heutige. Sind nicht mehr konzentrationsfähig, sind unsere Zukunft, Frau. Ich bin zu jung, als dass ich es ja gekündigt habe. Boah, Gott sei Dank muss ich das nicht mehr erleben, aber glücklich darüber bin ich nicht. Darum lässt er lebhaft sich auffrischen mit Lügen, Angst und Panikmache. Der Primat will doch beschäftigt sein. Daher wird der Wind, ist doch reinste Manipulationssache. Fürs einfache Volk, deshalb besonders leicht verdaulich und seicht angerichtet, wird es ganz nebenbei noch durch Werbung auf Konsumdenken ausgerichtet. Der große Bruder sieht auch überall zu und egal, es zieht sich durch alle Schichten, wo freiwillig sich selbst auf einem Silbertablett zur Volksbelustigung anrichten. So zippe ich jeden Abend eins ums andere, raufen runter und immer zu weiter. Ganz ehrlich, nichts als nur Schleierwolken ausknipsen wäre definitiv gescheiter. So habe ich gesagt, ich habe irgendwann erkannt, dass ich mir Geist und Seele halten möchte und habe deshalb den Fernseher rausgeschmissen. Funktionsdüchtig, tatsächlich einfach rausgeschmissen. So ein dummes Gerät. Was da alles in einem steckt, kann man erst erfahren, wenn man nicht mehr betäubt wird und berieselt wird. Allerdings muss man dann auch zuerst mit dem Nichts und mit der Leere klarkommen. Weil es ist man ja nicht gewohnt, dass man nicht ununterbrochen berieselt wird und betäubt wird, manipuliert wird. Dass einem ununterbrochen gesagt wird, in welche Richtung wir gehen und denken sollen. Und bitte ja nichts tun, auf keinen Fall selber was tun. Da könnte noch was Schönes rauskommen. Weiter im Text.